Das Boot ist ja nicht schwer zu finden. Das dachte ich mir, dass sie da ist. So ganz zufällig ist Chloe hier. Machen wir jetzt hier Elternzusammenkunft? Ich habe den weggespült. Haben wir den Soundfilter? Was sind alle hier? Was sind alle hier? Was sind alle hier? Er hat seine Träume. Ich kann ihn empfangen, ihn unterstützen. Ich werde niemals glücklich sein mit ihr. Vielleicht, wenn ich fallen. Irgendwas anderes? Nein! Das ist zu viel! Nein! Papa schwimmt zu mir! Head for the boat! Papa! Chloe... Ich wollte das nicht hören. Ich kann mich nach Sonny. Ich wollte ihn helfen. Ich musste ihn helfen. Aber das... was kann ich denn hier machen? Das ist zu viel. Ist es etwas für mich zu lernen? Papa? 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 Ich bin schon bei über der Hälfte. Kapitel 7. Burning down the house. Brennendes Haus nieder. Ich bin so glücklich, dass du okay bist. Und... Wer sind deine neue Freunde? Not activists sind. Hi everyone! Kay, du bist her! Yay! Wir spielen Catch! Okay, wie spielen wir? Du vergessen die Rzeuge? Kay ist jetzt alt. Kay is jetzt alt. Hey, be nice. Ich komme mir aber wichtigerweise nirgendwo hoch. Ich muss gerade nachdenken. Jetzt geht's. Aber hier kommen wir halt auch nicht hoch. Das war das Mitleid. Hä? Wirklich? Okay, ich nehme es einfach so hin. Nein! Oh, ich hatte es fast. Wir müssen auf den Lampenschirm springen. Von dem Lampenschirm kommen wir dann an das Haus ran. Von dem Haus an kommen wir an die Möwe ran. Die Möwe hat keine Chance mehr. Wieso dürfen die überall rumspringen und ich nicht? Du zählst das nicht, wenn ich da oben bin. Voll die Mobbing-Möwe. Die mag mich nicht. Foto nur mit der Spiegel. Nein. Ich habe das Mädchen wiedergefunden. Doch warum läuft sie immer fort, statt mir zu helfen? Kennst du sie? Nö. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist hier eine Leiter? Ich gehe mit dem Abenteuer. büyhh! Warte mal. Duata! Wie geht's mal runter? Ddern, super lustig. Das sind so lustig. Oh nein. Am Mann. Damit. Die Möwe triggert nicht. Mach irgendwas falsch. Aber das ist okay. Irgendwie muss man aber an diese Möwe reinkommen. 100 pro. Was? Du bist so ein Charmer. Was? Ne? Geh. Ich komme nicht hoch. Das ist so lustig. Müssen alle hoch? Sieht nur da ran. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Was ist das? Wir müssen die Baby-Socken kaufen. Was soll das sein? Wenn du die Baby-Socken möchtest, dann könnte sie ein paar Potenzialen... Babys? Ich war nur so lustig. Ähm... Licht zeigt die Erinnerung noch nicht. Wir müssen hier sein. Wir müssen hier sein. Ich meine, ich will nicht Kinder jetzt. Aber... Da hat sie aber recht. Man muss ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wir haben also wirklich eine Reihenfolge. Interessant zu wissen. Hä? Wir hatten doch gar nicht alle. Oh oh. Der Stein ist halt voll im Weg. Dieter hatten wir da aber noch gar nicht. Hm. Komisch. Oh nein. Wo ist das? Ab nach unten. Wo ist Papa? Komm dann, okay? Papa wird auch hier sein. In die Lampe. Die starke Prinzessin. Papa! Hier! Hier ist sie! Ich kann nicht believe man sie schon, 3 sind. Sie sind so großartig. Sie sind 4, Papa. 4? Natürlich. So großartig. Ha ha ha. Ich, ich bin soodt, ich schade. Schade? Ich habe nicht von dir gehört von dir in zwei Tagen. D zwei Tagen bist du in's! I thought you were dead. Didn't you think about us, about how we would feel? The work trip was hennish. It was awful. I'm awful, I know. Come on, let's go to the cafe. I'm starving. Adam, what the... Don't fight with me in front of Kay. But I... Kay, who wants a big chocolate ice cream? Me, Papa, me! I love you. I love you too, Kay. I don't remember about that and I don't want to hear it. This is too much. Poor Mama. Who are you now? Are you also friendly? Das sind die Kinder als Schatten. Mama is crying again. Summertime is the best! Code safe? Noch immer höre ich in meinem Kopf diese automatischen Zugangssagen. Wie früher, auf dem Weg zur Schule und zur Uni. Eine schreckliche Zeit. Aber irgendwie vermisse ich sie. Nicht irgendwie ein bisschen creepy oder so. Mama und Papa sind wieder kämpfen. Hm, hm. Close. Close. Ich bin auf kein Abenteuer, ich bin auf allem. Ah, toll. Boah, das war so close. Ich hatte kurz Angst. Ah, nicht die alle. Ah, das war so weit. Congratulations. Are you happy now? You again. Just get out of my way. I'm doing you a favor. Just give up. I can't. If I stop now, nothing will ever get better. But it might get worse. I have to try. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Bitte hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, sie seien glücklich. Das kann nicht echt sein. Ich will nichts davon hören. Es ist einfach zu viel. Zu viel. So langsam bekomme ich hier meine Zweifel. Bist du überhaupt so weit gekommen? Liest oder hörst du mich? Irgendwer? Ich dachte, sie adressiert es an uns. Gerade. Zweifel. Verzweiflung. Das tiefe schwarze Loch. Achtung. Der ist immer gerade. Halt. Der ist noch mal. Auf. Der ist noch mal. Wie kann man das noch übersehen? Stockfisch. Blinderstockfisch. Wird nicht mehr für dich strahlen. Das wird auch nicht mehr für uns strahlen. Das Licht ist erloschen. So wie die Hoffnung. Das könnte für uns leuchten. Was war die, der das gerade hier so gelacht hat? Bibi. 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 Was ist supposed to interfere in their parents' lives? Ich bin nicht egal. Ich werde sie helfen. Sie müssen mich einfach hören. Wenn es für Sunny funktioniert, wird es auch für sie funktionieren. Ich kann das tun. Also, du hast es weiter gemacht, als vorher schon. Aber Kate, fragst du dich. Warum bist du immer ein Monster? Ist das die böse Tante?